Implantat-Klinik Fisbeck Wir können den Körper dreidimensional vermessen. Nerven und Blutgefäße werden hierbei optimal geschont. Durch die moderne 3D-Diagnostik können wir Ihren chirurgischen Eingriff exakt planen und mit maximaler Sicherheit durchführen. Herzstück der Implantat-Klinik Fisbeck ist unser steriler Klasse 1 Operationssaal. Der OP wird besonders hohen Anforderungen an die Keimarmut der Raumluft gerecht und entspricht den Hygieneempfehlungen des Robert-Koch-Instituts. Wenn Sie es wünschen, können wir Ihre Behandlung in Zusammenarbeit mit unserem Anästhesisten selbstverständlich auch in Narkose durchführen. In unserem hauseigenen Dentallabor stellt ein Team von 5 Zahntechnikern ihre schönen neuen Zähne her. Spezialisiert sind unsere Zahntechniker auf implantatgestützten Zahnersatz und auf ästhetisch hochwertige Gesamtsanierungen, insbesondere aus Vollkeramik. Jede Zahnersatzversorgung wird dabei in enger Zusammenarbeit mit dem behandelnden Arzt vorgenommen. Bei Anproben ist stets ein Zahntechniker dabei, um Änderungswünschen sofort nachkommen zu können. Alle Leistungen vor Ort aus einer Hand. Und das nicht nur mit den üblichen zwei, sondern mit fünf Jahren Garantie. Modernste Technologie, höchstes Qualitätsniveau. Die Implantat-Klinik Fisbeck.